so aufnahme ist gestartet und willkommen zu einem beinahmen motovlog heute ist wieder ein tag der tage ich hab's auf youtube leider nicht ankündigen können weil mein sony vegas im arsch war ist das jetzt repariert zum glück heute findet ein abo treffen statt in osnabrück wir fahren wieder alle gemeinsam mcdonald's melle fahren wir wieder alle gemeinsam ein paar leute werden bestimmt mitkommen ich habe von nadine eine freundin hinten drauf die liebe gina nein das ist nicht meine freundin also don't worry kim fährt auch mit ich gehe kim nicht fremd keine angst da sind welche hallo wie geht's eigentlich alles freude so hier fahren wir rechts drauf der parkplatz ganz schön voll wo fahr ich hin wo fahr ich hin wo fahr ich hin hier ist perfekt hallo ich höre mich doppelt bei dir in dem dingster ich bin mit kümmern mit quatschen die hat den die hat den helm von nadine auf der helm steht hier auf jeden fall irgendwie nicht äh die ist ja geil die neue ist die ganz neue cbr grüß dich moin die kenne ich doch hallo 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 jetzt gehören die dazu gehört ihr dazu ja naja ja ja gehen wir mal hin hallo sagen moin sehen ein paar große maschinen hier auch mit dabei das ist super landstraße weil über autobahn würden wir direkt durch osnabrück durchfahren deswegen ich habe eine gute überlandstrecke die das quasi so ein bisschen umfährt wir wollen eventuell über bad essen fahren das wäre natürlich wieder geil dann würde ich mich aber absetzen nach vorne dann wartest du würdest einfach vorne warten oder so fahren wir von unten hoch oder von oben runter wir kommen von hier quasi melderberge und dann richtung bad essen genau das sind ja noch welche hast du das mikro an nadine leuchtet das grün meine ja die auf dem auto noch nicht mach ich gleich an hast du jetzt aufnahme an aufnahme oder ja gut wenigstens das moin 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 du bist mir noch letztens entgegen gekommen oder ja 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 hab ich doch richtig geguckt aber mit dem roller wird es schwierig ne gut achso ja gut dann fertig für euch irgendwie auch gut hält das immer noch wie oft wird es gewaschen das ist jetzt richtig unscharf toll tolle kamera hast du da du hast autofokus nicht angehabt nadine und technik nadine sollte nicht filmen das geht schief und die armbänder sind auch im start also ich mache hier einen cut nadines aufnahmen werden mit missbraucht die sie mit der kamera macht ja bis gleich okay soll ich die füße filmen ich muss einmal dein motorrad film mit den aufklebern ich muss dir leider ein aufkleber von dir kaputt schneiden als ich die verkleidung abnehmen warum kann denn jetzt ooooh 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 ich gebe jetzt diese aufgabe leon bitteschön schenk ich dir naja ist ja ein traum hier alles ist ja hammer ooooh warum soll ich das nicht machen ich kann das nicht ja mach du das nicht und gefallen wie ist auch von raumfahrer da müssen wir ja der kameramann mir sicher mir sicher irgendeiner muss ja das spielen oder ja 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 hallo interviewer sagen sollte dazu zu ja ja Wetter ist gut ne ist sie warm ne ich finde es ja ja das war ne das war das ist ja auch ganz geil hm 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 weiss ich nicht man hm 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 ja ja und dann war ja der der ja 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 der sitzt gleich auf dem Ja, ich habe eine komplett neue. Ihr auf komplett Zoom hier. Marco, wollen Sie Ihre Kamera wieder haben oder was sagen Sie? Ja, Marco, ohne Helm. Wir haben noch kein Face-Mobil gedreht, Marco. Müsst es noch jemanden fangen? Hast du dem das gesagt? Nein, wir tanken jetzt einfach. Dann wollen Sie zusehen, ne? Ich habe schon getrocknet. So, fahren wir langsam? Oder wie? Oder was?